Unten auf der Street und einer L-Gebäude noch. Hallo Leute, damit ihr beim nächsten Spendenvideo live dabei sein könnt, werde ich euch vorher im Community-Tab eine Nachricht hinterlassen, damit ihr wisst, wo ich spende und wann ich was spende. Wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert und auf die Glocke drückt, werdet ihr von YouTube sofort benachrichtigt, wenn ich was im Community-Tab schreibe. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir weitere YouTube-Namen in die Kommentare schreibt, damit ich weiß, wie mich als nächstes spenden soll. Viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich dem Streamer MontanaBlack88 200 Euro spenden, da ihr mir das sehr oft in die Kommentare geschrieben habt und ich auch der Meinung bin, dass er das verdient hat. Ich habe mir ein bisschen seine Videos angeschaut, er kommt sehr real rüber, macht sehr tolle Videos, wo er Fans besucht und so weiter und so fort. Er spielt sehr tolle Spiele und unterhaltet sich über sehr interessante Themen. Er hat auf jeden Fall diese 200 Euro verdient und ich warte jetzt ein bisschen, bis er wiederkommt, damit er auch die Spende sieht. Okay Leute, wir dürfen leider nur 50 Zeichen reinschreiben. Ich darf dir maximal fragen, ob ich den Streamer-Ausschnitt hochladen soll und dass ihr euch halt für ihn entschieden habt und sagt, das passt alles nicht rein. Wie du mal sagst, Monte, falls du dieses Video siehst, gönn dir die 200 Euro, das hast du auf jeden Fall verdient. Du bist ein richtig guter Streamer und ein richtig guter YouTuber. So, darf ich den Streamer-Ausschnitt hochladen? Ehrenmann, so. Leider nur mit einem N, aber ich denke mal, er wird es auf jeden Fall verstehen. Haut rein! Okay Leute, bevor ich das spende, muss ich jetzt hier so eine kleine Handy-Beschätigung machen. Habt einen kleinen Moment Geduld. 3, mhm. Puh Leute, das ist sehr viel Geld, aber Mond hat es verdient. Mond ist ein Ehrenmann. So. Habe mal Audio an. Mhm. Hast du Schrotflitten-Munition nochmal bitte für mich? Ich hab gar nichts, Bruder. Weder Schrotflitten noch Munition. Bin in ein Ding gelandet, Double B. Da wollen wir rüber zum L-Gebäude, da ist einer solo rüber gelaufen. Da ist auch Action, komm, scheiß drauf, lass rüber, Digga. Ah, einer vor mir auf der Street. Warte, 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 Digga, ich bin nicht da. Ich hole mir aus Holz. Der ist One-Shot, ich baue mich hoch aufs Dach. Okay. Der ist vor dir, links beim Briggs-Tower, läuft auch einer über die Straße. Einer genockt. Unten auf der Street und einer L-Gebäude noch. Der im Briggs-Gebäude hat auch Shots. Ja, ich bin One- Ich hab nichts zum Bauen. Er ist oben, oben ist er. Und einer hat Close bei mir. Nice, krass. Oben ist aber noch einer drinne. Und beim Briggs-Gebäude? Ja. Oh, aber das ist ein One-Bird-Bruder muss los. 275er. Oh, göttlich, Digga. Ich bin immer so rein, so. Bing, bing. Geil. Oh, Digga, ich hab ein gelbes MG. Willst du haben, Kappa? Der, warum kommen die scheiß MG aus Kisten, Mann? Da wieder muss sein, man muss jetzt ein bisschen warten, bis jetzt hier das Match gespielt hat, dann sieht er auf die 200 Euro. Danke fürs Bescheid, sagen schon mal. Ja, das war, äh, holler die Valve hier, war das. Die waren aber auch low ihr Vater, ne? Ja, aber ich hab auch die ganze Zeit nicht ein bisschen Bluelive und du auch nicht, ne? Darf man nicht vergessen. Ich brauch ein bisschen Strom für den Munition. Ja, hier, äh. Ja, keine Chance, Digga. Ja, finde ich die bessere Peak-Position. Der Kotzen, Mann. Schade, 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 schade. Schade, schade, Mama Leider. Ja, moin. 200 Euro, Doni. Lol. Darf ich den Stream-Ausschnitt hochladen? Hashtag Ehrenmann. Garko Lion. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Stream-Ausschnitt du meinst. Wahrscheinlich meinst du den Stream-Ausschnitt, wo du donated hast. Kannst du gerne machen, hab ich eigentlich kein Problem damit, Digga. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine 200 Euro-Donation bekommen hab. Das ist schon im Augenblick her, Digga. Ich küsse anders deinen Nacken. Und ich bedanke mich bei dir für diesen nicen Support. Liebe geht raus von mir, vom Livestream-Chat. Und Kuss auf die Nuss, Digga. Ich danke dir, Mann. Sehr, sehr großzügig. 200 Euro-Donation, Digga. Der Chat dank dir. Die Firma dank dir. Der Monte dank dir. Dankeschön, Bruder. Heftig. Kein Problem. SMM-Booster ist für zwei Euro dabei, falls das Knoblauchbrot mehr kostet. Ich danke dir, Digga. Knoblauchbrot kostet ein bisschen mehr.